Musik Es gibt Journalisten, die nennen mich den Mann aus der Kreidezeit. Aus der Zeit nämlich, als die Preise an der Börse noch mit Kreide auf die schwarzen Tafeln geschrieben worden sind. Es waren damals nur drei Aktien, die wir gehandelt haben. Das war American Talentel, Comsat und Westinghouse Electric. Die Baader Bank ist mit Abstand Marktführer im deutschen Börsenhandel. Rund 40 Prozent der Umsätze auf dem Frankfurter Parkett gehen über die Bücher von Baader. Baader ist Mitglied an den deutschen Börsen und hat Zugang zu allen bedeutenden Handelsplätzen Europas. Über ein Netz von Geschäftspartnern hat das Unternehmen Zugang zu den wichtigsten Handelsplätzen der Welt, wie New York, Tokio, Singapur oder Bombay. Das höchste Gut der Baader Bank ist das Vertrauen ihrer Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Allen gegenüber zählt der Grundsatz, es gilt das gesprochene Wort und das seit 25 Jahren. Wir sind die Baader Bank. Wir setzen die Maßstäbe im Wertpapierhandel in Deutschland. Wer hätte gedacht, dass ein Mann, der seine Karriere als Börsenhändler mit gerade mal drei Orderbüchern begann, eines Tages zum Vorsitzenden des Börsenrates der Münchner Börse aufsteigen würde. Und dass er dazu noch ein Institut aufbauen würde, das sich zum Marktführer unter den deutschen Börsenmaklerfirmen entwickeln sollte. Aus dem, was Uto Bader 1983 zusammen mit seiner Frau als selbstständiger Unternehmer begonnen hat, ist heute die Baader Bank mit mehr als 300 Mitarbeitern geworden. Wir sind Marktführer im börslichen Wertpapierhandel und an fünf deutschen Börsenplätzen tätig. In Frankfurt, Deutschlands größter Parkettbörse, laufen inzwischen 40 Prozent aller Wertpapieraufträge über unsere Bücher. Wo Börse draufsteht, ist oftmals Baader drin. Baader ist ein fester Bestandteil der deutschen Börse. Das Schöne ist, egal was passiert, ob die Märkte rauf oder runter laufen, ob die Aktien steigen oder fallen, ob die Stimmung gut oder schlecht ist, Baader ist immer mittendrin. Die Baader Bank bietet ihren Kunden ausgefeilte, technologisch fortschrittliche Handelssysteme, die es diesen ermöglichen, sich auf allen führenden Aktienmärkten der Welt zu betätigen. Wertpapiere in 60 Ländern zu handeln, das können andere vielleicht auch. Wir aber sind in der Lage, für unsere Kunden grenzübergreifend diese Geschäfte auch abzuwickeln. Ein weiterer wichtiger Bereich bei Bader ist der Rentenhandel. Wir sind Marktführer im Handel mit Anleihen, in Deutschland, sowie in den Top Ten zu finden in Europa. Des Weiteren sind wir Skontoführer in Bonds an den Börsen in Düsseldorf, München, Berlin und Frankfurt. Bader ist mehr. Wir sind breit aufgestellt und betreuen mittlerweile weit über 100 Kunden, Broker, Banken, Vermögensverwalter in allen Assetklassen auf die verschiedenste Art und Weise. Obwohl der Handel mit Wertpapieren eindeutig das Kerngeschäft der Baader Bank darstellt, bietet sie ihren Kunden zusätzliche Dienstleistungen wie das institutionelle Vermittlungsgeschäft, den Kommissionshandel, die Betreuung von Börsengängen und Kapitalmaßnahmen oder die Konto- und Depotführung. Wir begleiten Unternehmen bei Kapitalerhöhungen und bei anderen Transaktionen im Sekundärmarkt, wie beispielsweise Übernahmeangeboten, aber auch beim Squeeze-out. Dabei bieten wir individuelle und maßgeschneiderte Lösungen. Wir sind selbst ein mittelständisches Unternehmen, deswegen sprechen wir auch die Sprache des Mittelstandes und haben ein besonderes Verständnis für den Mittelstand. Einer der Schlüssel zur Wachstumsgeschichte der Baader Bank, der ihr stets einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschafft hat, ist die Fähigkeit, immer wieder eine Nische für sich zu entdecken und auszubauen. Uto Bader wusste schon 1983, dass er seinen Kunden, wenn es ihm gelänge, ihnen einen Zugang zu den Weltmärkten zu verschaffen, etwas bieten würde, was ihnen sonst niemand bietet. Es war zu dieser Zeit relativ teuer in ausländischen Aktien zu investieren. Und ich habe die Möglichkeit gesehen, wie das sowohl für den Anleger als auch für eine Bank wesentlich kostengünstiger wäre. Umbruchphasen und Kursrückgänge an den Börsen stellen für Finanzinstitute, die im Wertpapiergeschäft tätig sind, stets eine Nagelprobe da. Die Baader Bank bildet hier keine Ausnahme, doch sie ist bisher aus jedem Abschwung immer gestärkt hervorgegangen. Ich sage immer, man braucht drei verschiedene Formen von Kapital. Das erste ist natürlich das Eigenkapital. Das zweite ist das Humankapital. Humankapital sind die Menschen, die hier in dieser Bank arbeiten. Wir haben ausgezeichnete Händler, wir haben ausgezeichnete Leute in der Abwicklung. Sie brauchen auch sogenanntes IT-Kapital. IT bei Baader ist wie Formel-1-Fahren. Man hat eine Menge Konkurrenten und man will immer der Schnellste sein. Die IT ist das Nervensystem der Baader Bank. Von diesem Leitstand aus überwachen und steuern wir sämtliche Hard- und Softesysteme des gesamten Unternehmens. Dazu gehören auch ca. 100 Datenverbindungen zu nationalen und internationalen Börsen, Order-Routing-Systemen und Kunden. IT bietet uns das Werkzeug, auch große Mengen an Orders schnell und effizient zu bearbeiten. Mit unseren Handelssystemen haben wir die wichtigsten Märkte ständig im Überblick. Das sorgt für ein hohes Maß an Liquidität. Als eine Art Market Maker können wir damit Orders professionell, schnell und effizient bearbeiten. Baader weiß genau, dass er es am Kapitalmarkt mit den Besten der Welt aufnehmen muss, um seine führende Position in Deutschland behaupten zu können. Die größte Herausforderung ist, die besten Leute zu finden und zu bekommen, sie dann mit modernster Technik zu unterstützen und ihnen genügend Eigenkapital zur Verfügung zu stellen, damit sie richtig handeln können. Die Baader Bank hält nicht nur einfach Schritt mit den Veränderungen, sie bestimmt oft das Tempo im Börsengeschäft selbst. Wenn eine Order händlerisches Geschick erfordert, dann kümmern sich unsere Spezialisten darum und unsere Kunden schätzen das. Automatisierung, wo es möglich ist. Und Individualität, wo es sinnvoll ist. Auch nachdem sie zur führenden deutschen Wertpapierhandelsbank aufgestiegen ist, ruht sich die Baader Bank nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie erkundet weiter aktiv Geschäftschancen jenseits der Grenzen Deutschlands. Mit Investitionen in Indien und der Golfregion verfolgt sie eine Strategie, die ihre Kunden an einigen der am schnellsten wachsenden Märkte der Welt teilhaben lässt. Also müssen wir schauen, wo können wir noch hingehen, wo können wir noch des weiteren Geld verdienen. Und da haben wir zunächst einmal als Kapitalakkumulation natürlich die Golfregion gefunden. Und aus diesem Grunde haben wir uns dann dort im Oman engagiert. Das zweite war die Wachstumsraten. Wir waren der Überzeugung, dass eigentlich das Land mit den besten Erwartungen, mit den größten Chancen, dass das eigentlich Indien ist. Am 1. Juli 2008 feiert die Baader Bank ihr Silberjubiläum. Das im Familienbesitz befindliche Institut hat allen Grund, mit Stolz auf das in den vergangenen 25 Jahren erreichte zurückzublicken. Dennoch arbeitet die Baader Bank ständig daran, sich für die Herausforderungen der Zukunft fit zu machen. In den nächsten 25 Jahren ist die größte Herausforderung der Wandel vom größten Börsenmakler Deutschlands zu einer Vollbank. Erfolg ist ein Entwicklungsprozess, kein Ziel. Und was die Baader Bank angeht, so war deren Entwicklung geprägt von einem visionären Pioniergeist und ihrer Technologieführerschaft. Es ist eine Entwicklung, auf die man mit Recht stolz sein kann. Wir haben angefangen mit zwei Leuten. Ich habe die Geschäfte gemacht, meine Frau hat sie gebucht. Heute haben wir über 300 Leute. Es gibt einem natürlich schon ein gewisses Maß an Befriedigung, wenn man zurückblickt. Alles andere wäre gelogen. Es macht einen auch ein bisschen stolz, dass man das so hat leisten können. Was llevar es in deswegen etwas zu zwischen Stadel zu können. Aber wenn dasowania wie viele aus dem Blumen